Hallo und herzlich willkommen zurück zu SlimeRanger. Ja, wir wollten versuchen Mama Katzen-Slime zum Platzen zu bringen. Vorher gehen wir natürlich wieder... Ah, scheiße. Ja, gut. Vorher gehen wir natürlich unser Plot-Slots, was auch immer, wie man das hier nennen mag, auslernen. Und ja, mal schauen. Vielleicht können wir doch ein, zwei Hühnchen mehr mitnehmen aus unserer Farm. Schlecht wär's nicht. Ich möchte gerne wissen, was bei der Katzen-Mama da rauskommt. So, wir zahlen jetzt erst mal mehr Geld. So, wir gucken mal. Oh, ich hab ein altes Huhn. Cool. Alter Gockel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Reicht aus. Und dann reichen die jetzt auch, um die Katzen-Mama zum Platzen zu bringen. Ob die alten Gockel hier auch zählen, weiß ich nicht. Wir versuchen es einfach mal. Ich sammle jetzt auch nichts ein, was pink ist. Nur die, die eventuell etwas höher sind. Die pinken kann ich zur Not immer noch später einsammeln. Was hast du jetzt davon? Musst du halt sterben. Aha. Musst du halt. 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 Spanns. Tu. Aber ich bin auf einmal in die Höhe geflogen. Ihr könnt mir ja gerne mal so in die Kommentare schreiben. Ähm, wie man was anstellen kann am besten. Ernsthaft? Es reicht immer noch nicht. Wieso reicht das noch nicht? Ich habe jetzt über 20 Viecher verfüttert. So. Komm, ich will doch bloß das Ding hier haben. Hör damit. Hier. Sehr schön. Da ist nichts mehr oben. Ey, das jetzt nicht reicht. Ich fresse, ich bin ein Besen. Das kann doch echt nicht wahr sein. Hier gibt es auch kein ausgewachsenes Tierchen mehr. Ey. Also jetzt verzweifle ich langsam. Ach, haut da, ihr Viecher. Was ärgert mich jetzt? Da. Haha. Haben wir nochmal einen Kokonutsweg. Das müsst ihr jetzt langsam erreichen hier. Ja. Jetzt nochmal eins. Du kannst weg. Na hier, komm. Ein bisschen Geld muss man auch noch machen nebenbei. Guck mal hier unten. Vielleicht ist ja hier doch noch irgendwo was. Nein. Holy. Wie komme ich jetzt hier rum? Hey. Okay. Der Eich steckt fest. Ähm. Ich habe ja nur vier Tanks. Aber das ist ja okay. Interagieren ist eh. T ist Geräte-Modus. Schock-Welle ist cool. Ich drück T, es passiert nix. Ich drück X, es passiert nix. Ja, läuft. Ah, ich habe es geschafft. Puh. Cool. Liegt das jetzt wirklich an der STRG-Taste? Äh, wir gucken einfach mal. STRG. Nope. Wohan lag das jetzt? Das wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben. Der will partout nicht explodieren. Der will partout nicht explodieren. Ich krieg die Kräse. Warum will der nicht explodieren? Mann. Neativiste? Das war okay. We can advocacy. Das war's. Komm. Hopp. Dieahn drogäne. Ja, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich habe jetzt ernsthaft so viele Hühner verfüllt, das kann ja nicht sein, dass der nicht explodieren will. Jetzt! So, jetzt gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Äh... Doc. Nein. Nicht kaufen. Hahaha. Äh... Oh, hier unten geht's noch weiter, oder? Komm ich natürlich nicht... Oh, schade. Aber wir haben mal Katzenslime zum Platzen gebracht. So muss es sein. Ja. Mission doch erfüllt. Haha, du wolltest über mich schreien. Du Kackvieh. Ich bin nicht doof. Ich höre das. Ey, was ist denn das hier für eine Fassaden los? Oh, da haben wir schon 40. Okay. Äh, die Hühnchen kommen natürlich da rein. Ja. Ja. Unsere Schleimkacke kommt wieder hierher. So, wir haben 2700. äh, die Docks müssten, glaube ich, hier hinten gewesen sein. Ne, das war das Labor. Und vom Labor aus... Guckt mal da zu den Docks. Keine Ahnung. Was gab's denn hier hinten? Die Grotte. Wir kaufen sie jetzt einfach mal frei. Okay. So, wir haben noch 900. Wir upgraden noch schnell unsere... Ähm... Waffe hier. So, und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, was uns hier hinten erwartet. In der Grotte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr da lasst, einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Schreibt mir in die Kommentare, was ich besser machen kann, was ich anders machen kann, wo was ist, wie man was macht. Ich bin für alles offen. Und ansonsten sehen wir uns zur nächsten Folge. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye, bye. Tschüss. 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 Tschüss.